Wir sind heute hier in der Halle 66, der Stadler Rail Service GmbH in Berlin-Reineckendorf. Und wir übergeben das letzte Fahrzeug des Umbaus von insgesamt 17 Fahrzeugen. Bei diesem Projekt ging es um Züge, die die DB von der Westbahn aus Österreich gekauft hat, zu modernisieren, an das deutsche Netz anzupassen, ein neues Sicherheitssystem zu implementieren. Zu dieser Sicherheitsanpassung und Ausstattung haben wir auch im Interieur Umbaumaßnahmen gehabt, wie mehr Stellplätze für Fahrräder. Die DB hat sich neue Kaffeemaschinen gewünscht. Aber wesentlich war auch der Austausch der Scheiben, der Verglasung gegen Mobilfunktransparent. Also es wird zukünftig besser möglich sein, hier mit dem Handy zu telefonieren in diesen Fahrzeugen. Die DB wird kreisbar sein, hier mit dermelonen Brotung von Tempe. Dramatische Zeit, die du sinistischen Fahrzeugen wiedererleggen. Die DB hat sich sehr viel, sehr, sehr viel zu unterhalten.